Help, kennt was CH jeder, Mädchen neu kennengelernt, sie schreibt mich an, wir schreiben ein bisschen hin und her, drei bis vier Nachrichten und dann keine Antwort mehr seit vier Tagen, obwohl ich auch eine Frage gestellt habe, was nun? Bruder, ich glaube die Wahrheit ist einfach, entweder sie hat ultra viel zu tun, was die 1% Wahrscheinlichkeit ist, oder sie hat einfach keinen Bock auf dich. Ich sage ehrlich, ich glaube es ist eher das Zweite, Bro. Vier Tage ist schon wild. Also ich glaube, es kommt selten vor, außer sie ist wirklich irgendwie unterwegs oder so, aber es kommt glaube ich selten vor, dass Leute vier Tage lang keine Zeit haben zu antworten. Also you know, ich antworte auch manchmal vier Tage nicht, aber jetzt nicht, wenn ich jetzt eine Person zum Daten kennenlernen möchte, also das ist nochmal was anderes. Check dir was ich meine, so business-wise mal vier Tage nicht zu antworten, ist okay, weil da muss man halt irgendwie vielleicht andere Sachen zuerst machen, aber sowas ist schon wild, you know. Ja, sogar meine Ex antwortet mir direkt.